Hallo liebe Sammler, heute möchte ich Ihnen meine ganz entzückenden Zwillinge vorstellen, Andy and Anne. Anne ist 80 cm groß und hat eine Vollkörpermodellierung mit Gelenken in den Beinen, sodass sie sowohl sitzen als auch stehen kann. Sie hat Arme aus Weichvinöl und sie hat ein ganz entzückendes Gesichtchen, sehr lebensechte Modellierung. Sie blickt so ein kleines bisschen staunend in die Welt. Sie hat ganz wunderschöne grau-grüne Augen, die zur Seite blicken. Und sie hat ganz lange, hellbraune und weiche, glänzende, wirklich sich sehr echt anfühlende Haare, die man sehr schön umfrisieren kann. Zum Beispiel Rattenschwänzchen oder Zöpfe würden ihr ganz gut stehen. Anne trägt ein sehr hübsches Outfit mit einem Trägerröckchen in Jeans, verziert mit Rüschen am Oberteil, mit Täschchen und besetzt mit roten, weiß gepunkteten Schleifen. Auch das T-Shirt hat Rüschen, die weiß gepunktet sind, ebenso an den Ärmeln. Und das gleiche finden wir wieder auf den Leggings. Ganz erzückend sind die roten Schuhen, auch wieder besetzt mit einer Schleife, weiß gepunktet. Und passend dazu trägt sie auch das Haarband, wieder eine rote Schleife und eine zweite darüber mit weißen Punkten. Sogar die Knöpfe an der Rückseite haben diese weißen Punkte. Also alles einfach ganz entzückend. Und das Shirt kann man auch ohne das Trägerröckchen tragen. Sieht aus wie so ein kleines Hängerchen, weil es einfach etwas länger gearbeitet ist. Und hier unten nochmal mit so einer kleinen Rüsche. Könnte man auch sehr hübsch über eine Jeans tragen. Die Maus ist einfach zuckersüß und sie werden bestimmt ganz viel Freude mit ihr haben. Tschüss!